Entertainerin Gloria Gray präsentiert die Spezialität des Tages aus der Bärwurzerei Hieke in Zwiesel. Herrlich, kommt's mit rein zum Hieke. Heute probieren wir eine lustige Oma. Auf geht's. Das ist ein schwarzer Johannes-Bärlikör mit Waldhimbeere verfeinert. Mit Sekt und Champagner lässt sich da wunderbar der gute Giroial draus machen. Prost. Übrigens, Hiekes lustige Oma ist natürlich nicht nur was für Omas, sondern für alle netten Leute. Lasst es euch schmecken.